Ihr wisst, was kommt. Hey Gott, Carsten Stahl hat mal wieder ein Video, wo er was rausröbst. Die Grünen und Lauterbach planen Diktatur. Ja, genau. Carsten Stahl entsetzt über Gesetzentwurf. Jetzt zahlt ihr mehr. Ihr zahlt mehr. Ihr habt doch schon so viel. Was müsst ihr denn essen? Dann rationieren wir den. Die, die jeden Monat schon weniger haben, weil man es direkt abzieht, macht. Er möchte mehr machen, wie immer mehr machen, den Bundestag zu umgehen, weil das Geld nicht reicht. Hallo, ich bin's, Carsten Stahl. Ein Bürger und Vater in unserem Land. Dass alles teurer wird, stellen wir fest. Dass alles ungerechter wird, stellen wir auch fest. Und dass hier viele Dinge nicht mehr so laufen, wie sie laufen sollten, sollten nun auch schon sehr viele gemerkt haben. Macht in den falschen Händen war schon immer gefährlich. Unser allseits beliebter Herr Gesundheitsminister Lauterbach hat ja schon während der Corona-Pandemie sein Gesicht gezeigt. Und um was es ihm geht. Vor allen Dingen um Macht. Um Macht. Schwachsinn. Herr Lauterbach nimmt es ja nie so richtig genau mit der Wahrheit. Und diese Machtbesessenheit, die dieser Mann hat, vielleicht erinnert ihr euch noch, er wollte alleine über die Maßnahmen bestimmen können, wann, wie, was passieren soll. Wisst ihr, man hat deshalb genau den Bundestag, in dem alle gemeinsam bestimmen, abstimmen, wie etwas läuft. Damit nicht... Ja, das ist halt so. Ja, und wo ist jetzt das Problem? ...ein Einzelner irgendwas umsetzt, was uns dann allen einen Schaden zufügt. Moment, 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 Mama. Carsten Stahl ist doch derjenige, der den Bundestag abschaffen will. Der sagt, das sind alle Sesselfurzer. Und es sei ein Ententeich. Und es bräuchte jemanden, der alleine entscheidet. So einer wie Carsten Stahl. Über alle hinweg. Hä? Was ist... Widerspricht er sich jetzt komplett? Carsten Stahl ist doch derjenige, der so eine Diktatur bevorzugen würde. Das fand er wahrscheinlich schon nicht so prickelnd, dass er damals nicht durchgekommen ist. Aber jetzt kommt er mit dem nächsten Vorschlag. Mit dem Alter so eine Bumba-Jacke zu tragen. Danke, Liz. Denn Herr Lauterbach möchte am liebsten allein darüber entscheiden, wenn Krankenkassenbeiträge erhöht werden. Erst vor kurzem war ein Mann aus dem Gesundheitswesen der Meinung, einen Vorschlag einzubringen, dass auch diejenigen und die vielen Millionen von Menschen, die gesetzlich krankenversichert sind, einen Selbstkostenbeitrag mit 2000 Euro tragen sollen. Also ich zahle aktuell 480 Euro pro Monat Krankenkasse. Dann heißt die, die jeden Monat schon weniger haben, weil man es direkt abzieht, sollen dann aber noch, aufs Jahr gerechnet, wenn sie halt was haben, 2000 Euro Selbstkostenbeitrag haben. Das kennt man ja so ein bisschen aus der Teilkasko vom Auto. Habt ihr einen Schaden, dann müsst ihr halt noch einen Selbstkostenbeitrag tragen. Das schon alleine. Da zahlen die Menschen das ein. Und warum wollen sie das? Weil das Geld nicht reicht. Weil das Geld nicht reicht. Es wird ja auch aus allen Ecken und Kanten aus dem Fenster rausgeschmissen, nicht wahr? Ja, wo denn zum Beispiel? Denkt man nur an die ganzen Impfungen, die jetzt rumliegen. Die ganzen... Das ist so dumm. Masken, die verschwendet wurden, unabhängig davon, ob das Ganze überhaupt einen Nutzen hatte. Davon mal abgesehen. Ja, Carsten Stahl weiß es immer alles besser. Das ist einfach immer... Immer danach ist man immer schlauer. Nee, das ist so dumm. Und das ist so demagogisch, so antidemokratisch, so primitiv, was er da von sich gibt. Ich verstehe Menschen nicht, die ihn feiern. Da muss einiges im Oberstübchen kaputt sein, um den Typen zu feiern. Aber Herr Lauterbach, er möchte Macht. Macht, er möchte mehr Macht. Wie immer, mehr Macht. Ja, Marzen... Carsten Stahl holt sich seine Infos aus dem Paulanergarten. Und richtig, Anno Kater, Carsten Stahl wäre der Erste, der rumgebrüllt hätte, wenn es nicht genug Impfungen gäben würde. Jetzt haben wir zu viele da. Und er ist wieder... Es ist nur am Bällen. Nur am Bällen. Lauterbach will allein entscheiden, was wir zahlen. In der geplanten Pflegereform vom Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach steckt der Teufel im Detail. Lauterbach plant, bei künftigen Beitragserhöhlen in der Pflege den Bundestag zu umgehen. Nochmal, der Bundestag ist dafür da, dass er alle gemeinsam entscheiden und nicht ein Einzelner entscheidet. Das hat nämlich nichts mit Demokratie, sondern eigentlich mit Diktatur zu tun. Ja, das steht da... Was? Nein. Nein, hat es nicht. Es gibt halt auch... Gewisse Minister können auch bei Verordnungen regieren. Das hat nichts mit Diktatur... Wie er Diktatur verharmlost. Es ist so ein dummes Geschwätz. So ein dummes Geschwätz. Mal so am Rande. Auch Seite 23 des Gesetzesentwurfs zur Unterstützung und Entlastung in der Pflege heißt es, die Bundesregierung wird ermächtigt, den Beitragssatz nach Satz 1 durch Rechtsverordnung und Zustimmung des Bundesrates anzupassen, wenn der Mittelbestand der sozialen Pflegeversicherung absehbar das gesetzliche Betriebsmittel und Rücklage soll der Pflegeversicherung nach § 67 Absatz 2 zu unterscheiden droht. Also, dann dürfte Herr Lauterbach, wenn das wäre, selbst entscheiden, wenn Öl... Nein. Nein, steht dort gerade nicht. Die Bundesregierung, das ist das Kabinett und am Ende die Richtlinienkompetenz hat der Bundeskanzler. Die Bundesregierung entscheidet das. Etwas nicht mehr passt finanziell und das passiert ja schnell bei dieser Bundesregierung, dass ihr einfach entscheidet, jetzt zahlt ihr mehr, ihr zahlt mehr. Ihr habt doch schon so... Nicht lesen. Viel. Ihr braucht doch nicht mehr. Was müsst ihr denn essen? Dann rationieren wir nicht. Dann geht der muss noch einmal im Monat essen. Man kriegt einfach nur Schmerzen davon. Man kriegt nur Schmerzen, so dumm ist das. Dann fängt der an, die Leute dürfen nicht mehr essen. Was kommt als nächste Fantasie? Dann müssen sie halt auf den Strich gehen. Irgendeine Fantasie, irgendeinen Strohmann, den er sich erfindet. Dann müssen sie halt ihre Kleidung verkaufen. Dann müssen sie vielleicht ihre Zähne verkaufen. Dann müssen sie vielleicht TikTok-Matches machen. Was soll dieser Unsinn? Ich meine, Essen kaufen bei irgendwelchen Supermarktketten. Aber sie selber, alle dort drin, die sie sitzen, haben jetzt erst wieder ihre Diäten erhöht und auch, Herr Lauterbach. Haben Sie nicht. Ist auch gelogen. Sie haben nicht ihre Diäten erhöht. Heißt im Klartext, braucht die Pflegekasse Geld, sollen die Beiträge rauf. Per Rechtsverordnung. Und der Bundestag bleibt außen vor. CSU-Pflegepolitikin Emi Zäuner kritisiert, das ist ein Freifahrtschein für Beitragserhöhungen ohne die nötigen Strukturformen anzugehen. Wir brauchen Debatten aber im Plenium. Denn werden die grundsätzlichen Probleme der sozialen Versicherung nicht gelöst, wird das immer teurer. Es können nicht immer wenige Jüngere für ältere Menschen aufkommen. Widerstand kommt auch aus der Ampel. Die pflegepolitische Sprecherin Nicole. Ja, das ist nämlich nicht entschieden. Das ist einfach nur... Er weiß einfach nicht, wie Demokratie funktioniert, weil er sie nicht mag. Westing, es kann selbstverständlich nicht sein, dass es aus dem Bundesgesundheitsministerium möglich ist, den Beitragssatz jederzeit weiter zu erhöhen. Westing weiter. Das hieße ja, die Verschuldung des Umlagesystems zu Lasten der Jüngeren am Parlament vorbei ins Uferlose steigen zu lassen. Mit meinem Verständnis vom Rechtsstaat lässt sich das jedenfalls nicht vereinbaren. Mit meinem übrigens auch nicht. Wir brauchen mehr Generationsgerechtigkeit, nicht weniger. Und jetzt meine Lieblingspazase. Und der wollte in Berlin ins Abgeordnetenhaus. Zu unserer Lieblingspartei, den Grünen. Ach nee, Olivgrün. Ich dachte, seine Lieblingspartei ist die AfD. Die unterstützt er doch. Grünen sehen das allerdings nicht kritisch. Grünen-Pflegeexpertin Cordula Schulz-Asche. Die Ermächtigung des Bundesministeriums für Gesundheit durch Rechtsverordnung, den Beitragssatz in der sozialen Pflegeversicherung anzupassen, ist sinnhaft. Und erfolgt analog zur Regelung des durchschnittlichen Zusatzbeitrages in der gesetzlichen Krankenversicherung. Also mich... So, was hat er hier? Bitteschön, hier. Der Entwurf befindet sich aktuell in der Ressortabstimmung und muss dann in den Bundestag. Ach, da wird ja doch abgestimmt. ...versicherung. Also mich wundert bei denen ja gar nichts. Und sinnhaft und sinnfrei ist bei denen ja mittlerweile vollkommen an der Realität vorbei. Wisst ihr, all das geht in eine Richtung, die man Sozialismus nennt. Und da... Dummes Geschwätz. Da sind die Grünen ja ganz weit vorne. Vor allen Dingen damit, dass die Menschen auch nicht mehr sagen dürfen und nicht mehr denken dürfen, was sie wollen. Ja, bei ihm darf man nicht denken. ...zieren. Es ist ein Freifahrtschein für Herrn Lauterbach. Ihre Macht also dahingehend zu missbrauchen. Einfach zu sagen, das kostet jetzt alles mehr. Ich frage mich nur, wenn ihr immer mehr den Menschen abzapft und ausbluten lässt, wie die Menschen leben und existieren... Danke, unwichtig, 1337. ...euch betrifft's ja nicht. Ihr greift in unsere Taschen und erhöht euch eure Diäten. Ihr verdient immer... Niemand hat sich die Diäten erhöht. Niemand. Das ist gelogen. Noch einmal. Dankeschön. Niemand. Niemand im Bundestag hat sich eigenmächtig die Diäten erhöht. Das steht im Gesetz. Die Diäten sind an das Gehalt eines Bundesrichters gekoppelt. Genau um so einen Quatsch nicht mitzumachen. Carsten Stahl lügt. Er ist ein Demagoge-Hetzer. Und er verachtet die Demokratie. Und ihr steckt euch so viele Vergütungen und Extrawürste ein und wollt uns hier weiter ausbluten lassen. Es kotzt mich an. Und Millionen von Menschen auch. Und deswegen muss man sowas öffentlich machen, weil es leider nicht jeder mitkriegt, wie wir hier verarscht und ausgebeutet werden. Operat. So, dann geht es gleich wieder rüber zu der wirklichen Diktatur. Es ist unerträglich, was Carsten Stahl hier wieder sich zusammenfaselt. Ich habe ja hier extra für ihn die Taste. Zum einen natürlich... Schmutz. Als auch... Geschichten aus dem Paulaner Garten. Ja, es ist einfach... Einfach nur die Leute aufhetzen. Was ist eure Meinung? Schreibt es drunter. Lasst auf jeden Fall ein Like da. Ich brauche mal ganz viele Likes. Und über die Hälfte haben wir den Kanal noch nicht abonniert. Also macht das mal. Ja. Und bei Twitch vorbeischauen. Vielen Dank.